ah kacke jetzt hätte ich fotografieren könnten ich hätte einen fotopunkt machen könnten ok dann komm her geister schatten kacke hätte ich schon ein foto gemacht da sind wir schon punkte verloren es gibt auf jeden fall ein skill modus für die kamera das wird das wird das wird immer cool weil wir wollen immer spielen die tür ist verschlossen seelenfotos ab und zu kann es passieren dass die kamera obskure auf dinge reagiert während du dich mit ihr um schaust die normalerweise unsichtbar sind visiere sie an und schießt ein foto um ort oder gegenstände zu enthüllen mit denen sie in verbindung stehen finde die orte auf den fotos um dort weitere hinweise zu finden drücke y um den foto modus zu aktivieren ein seelenfoto auch hier aus dem schrank strahlt licht und auf der kommode befindet sich eine puppe vielleicht befindet sich der schlüssel hier finde den ort der auf dem foto zu sehen das ist irgendwo in diesem gebäude um das foto noch mal ansehen öffnen das hauptmenü und drücke die kategorie relikte im gegenstände dokumenter geiles gehen wir mit schlüssel suchen da schwebt er über uns kommen da hängen die füße mach dass sie ja da bleibst stell Vergiss es. Erstmal gucke ich mit dieser Kamera. Achso, ich muss das immer gedrückt halten. Was macht sie denn? Du hast den Schlüssel mit rotem Anhänger erhalten. Ich glaube, diese langsame Greifanimation wird uns irgendwann noch zum Verhängnis. Okay, roter Anhänger, roter Schlüssel. Mann, der Schlüssel anstart. Ja, mach dich ab. Er hat nicht auf den Schlüssel gestartet. Ich weiß ganz genau, wo der hingeguckt hat. Drecksau, perverse. Ich halte dich auf Foto. Ich zeige dich an. Ja, Mann, geil. Freue ich mich schon drauf. Macht Schauti richtig gut. Auf jeden Fall. Coole Ideen. Du hast die Tür mithilfe des Schlüssels mit rotem Anhänger aufgeschlossen. Einer macht die Shio ab. Hallo. Ah. So, hier drin ist es. Irgendwo da unten. Da leuchtet es doch hin. Achso, ich muss den Raum mit der Kamera absuchen. Ah, ja. Einer macht nur ein bisschen Platz. Wo stehst du mit deinem? Ja, was ist? Jetzt kann ich mich bestimmt hier bewegen. Phantom enthüllt. Was für ein Phantom? Die Kamera obskura reagiert auf Gegenstände, die die Lebenden normalerweise nicht wahrnehmen können. Enthülle diese Gegenstände, indem du an Ort ihres Verschwindens ein Foto schießt. Finde dazu die richtige Position und den korrekten Winkel. Ja, was für ein Winkel? Echt? Halte LT, neige den... Was? Drücke dann RT, um Gegenstände sichtbar zu machen. Neige den sicher. Wenn die nicht suchen. Ah, ah, ah. Okay, ah. Ah, das ist cool. Ja. Oh, cool. Das ist cool. Bis die Kamera dann so drehen quasi. Das ist cool. Ha, 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 ha. Das ist, was wir hierher kommen. Genau, deswegen sind wir hierher kommen. Wir sollten hier nicht länger bleiben, als wir müssen. Du bist richtig. Lass uns zurückkommen, bevor es kalt wird. Okay. Oh, 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 ich seh's schon. Guck mal, was da hinten steht. Äh, äh, ich hab dich genau entdeckt. Da, ich weiß genau, was da abgeht da hinten. Das ist nämlich nicht unser Mädchen. Oh, naja, was will man machen? Dann müssen wir jetzt durch. Ach doch, das ist unser Mädchen. Sehr komische Füße gehabt. Nach Menschen zu suchen, ist viel schwieriger. Psychometrie erlaubt es dir, den Seelenabdruck als Schatten zu sehen. Oh. Könnt wirklich cool sein. Folge niemals dem Schatten einer Person, die wie von Geistern verschwunden ist. Du könntest etwas sehen, was du lieber nicht gesehen hättest. Doch, ich will genau das sehen, was ich lieber nicht gesehen hätte. Ich hab's gerade doch gesagt, mach es niemals. Und was machen wir? Wir machen's direkt. Sanduka, hallo. Grüß dich. Ah, nein, ich wollte mal nicht fotografieren. Ich hab mal jetzt schon ein paar Mal auf dem Objektiv. Du hast genug Bilder für Insta gemacht. Grüß dich. Nein. ời, ich möchte man... Ah! 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 Sieh mich nicht an. Deine Kamera ist unscharf. Oh, ja, jetzt will ich was dafür können. Ich habe sie nicht entwickelt. Ich habe sie nur kauf. Ja, der macht immer was. Ah, der fotografierte Geist ist zurückgewichen. Grüß dich, Fabi. Servus. Vielleicht wird er verbannt, wenn ich mehr Fotos schieße. Einführung Geisterbekämpfung. Es ist irgendwie cool. Es macht Bock. Fotografiere die Schwachstellen eines Geistes, um ihnen Schaden zuzufügen. Der Aufnahmebereich, Rechteck in der Mitte des Bildschirms, ist ein Angriffsbereich. Falls dein Film ausgeht, sind keine Fotos möglich. Drücke Y, um den Fotomodus zu aktivieren. Was er in der Mitte befindet. Was er in der Mitte befindet. Grundstärke Frontalschuss. Bam, Alter. Jawoll, Alter. Jetzt hat er voll auf die Latz gerettet. So, und jetzt... Einführung Geistersplitter. Servus, Appatarus. Grüß dich. Okay, Geistersplitter. Geistersplitter werden sichtbar, wenn du Geistern Schaden zufügst. Fotografiere sie, bevor sie nach kurzer Zeit wieder vom Geist aufgenommen werden. Ach, das sind die Dinger außenrum. Zielobjekte und Schnappschüsse. Solltest du mindestens fünf Zielobjekte, Geister oder ihre Splitter im Visier haben, kannst du einen Schnappschuss auslösen. Der Aufnahmebereich leuchtet dann rot auf und du kannst alle Zielobjekte gleichzeitig zurückstoßen. Passe deine Position dementsprechend an. Drücke RT, um den Film zu benutzen, um Geister zu fotografieren und anzugreifen. Bam! Nein, da kann man so Kombos aufbauen. Bam! Fünfer Kombo und Feierabend mit dir. Es ist... Oh, das ist der Nächste, das ist der Nächste. Du kriegst auch auf den Sack. Es ist irgendwie geil. Tödliche Fotos und tödliche Zeit. Ein tödliches Foto ist möglich, wenn der Aufnahmebereich während des Geisterangriffs rot blinkt. Er wische den Geist dazu mitten in seiner Attacke. Er wird zurückgestoßen und tödliche Zeit wird ausgelöst, in der du konstant Fotos schießen kannst, ohne Film zu vergeuden. Tödliche Fotos sind sehr nützlich, wenn dir Geister zu nahe kommen, um einen Schnappschuss auszulösen. Ich kann ihn! Ich kann mich auch gerade nicht bewegen, weil es noch die Einführung ist. Ja, was er von mir will, was er von mir will, er will mich! Hä? Dann warte, bis er angreift. Ach so! Ja gut, dann warten wir mal, bis er angreift. Tödliches Foto, yes! Hä? Eine Angriffsreichweite, äh, Angriffsreichweite und Angriffskraft. Geister müssen in einem bestimmten Radius stehen, damit die Kamera obskurer effektiv ist. Geister, die zu weit entfernt sind, nehmen keinen Schaden. Je größer das Zielobjekt ist, desto mehr Schaden wird zugefügt. Wage dich für kraftvollere Fotos näher an die Geister heran. Ja, Mann, vernichtet! BÄM! Vernichtet! Oh, da kommt der Nächste. Ah, ne. Das geht dann ab. Hä? Ah! BÄM! Cool, da muss man die Kamera so drehen, dass man immer die Bilder, das ist, das ist cool, das ist cool. Mal lassen uns voll drauf in. Deswegen Fatal Frame, ganz genau. Mitsu hat's erfasst. Schieß doch! Danke für Schießdruck. Mann! Danke. Was macht dann der Elma? Oh, Kai-El. Animes Zeichenszenen. Ich bin ganz allein. Oder doch nicht? Nein, schade. Das ist doch das Asch hier. Ich mag diesen Modus. Das ist dieses... Okay, ich bin ruhig. Gucken wir uns mal an. Aber ich mag das. Voll confused. Den schicke ich gleich bei dir vorbei, Tino. Dann, dann... ...verhältst du dein Mundwerk mal für dich, ne? Hier, da, der. Ne? Hm? Hm? Ja, macht er nicht wirklich? Und er hat es gemacht. Ja, war es. Ja, dein spezielles Fotobuch, das hättest du mal besser verstecken sollten. Oh ne, scheiße. Oh ne, scheiße. Ja, war es er, er ist der Junge, hundertprozentig. Oh ne, scheiße. Rang C. Kräutermedizin, Gesamt, im Besitz 3. Weihwasser, Gesamt, im Besitz gekauft 0. Score. Oh ne, mal genug bewertet noch Score. Oh ne. Rang C. Oder Rang schlecht. Es ist aber noch Schwierigkeit normal. Ich konnte aber nirgendwo Schwierigkeit einstellen. Wahrscheinlich muss man erstmal durchzocken und dann... Ich konnte keine einstellen. Wir haben zusammen geguckt. Für Spiele, die das Spiel genießen wollen. Ah! Ah! Da oben kann man... Ah ne, es geht nur normal. Es geht nicht schwer. Ja? Ja? Dann spielen wir es wenigstens auf normal. Ich finde das heutzutage voll behindert, dass du nicht immer so schwer stellen kannst, selbst wenn du willst. Weil sie schon davon ausgehen, dass die neue Generation einfach nichts mehr kann. Die können einfach nichts mehr. Man muss jedes Spiel leicht sind. Naja, okay. Ich lehn mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster. Vielleicht könnte ich gleich mal schön von der Geist an den Arsch was wollt. Und dann... Dann haben wir den Salat, ne? Da hab ich geplögt. Ich spiele hier immer auf schwer und renne auf der Malsch und der Arsch was holt. Ah ne, bitte nicht. Oh doch. Boop. Wäre schlecht. Wäre ich? Ne. Vielleicht. So. Schwierigkeit wählen nochmal. Finde... Fuhuri... Fuhuri. Fuhuri. Fuhui... Himino. Finde Fuhui Himino. Finde Fuhui Himino. Dann machen wir das ein paar Muck. Kräutermedizin. Joah, als wenn ich jetzt Punkte ausgehen. Ich geb jetzt erstmal gar nichts aus. Film Typ 2... Typ 14? Ah, das sind die Filme, die wir machen. Alter Film mit langer Ladezeit und einer Bandkraft, die wenig Effekt hat. Alter Film mit schwacher Bandkraft und langer Ladezeit. Ah. Gesegneter Film, der schnell geladen werden kann. Kann nur ein einziges Mal gekauft werden. Ein Objektiv, mit dem man spirituelle Phänomene erleben kann. Joah, das will ich hannen. Direkt. Direkt. Okay, man kann sich noch lauter Scheißdreck kaufen zum Skillen und so. Die Kamera hat ja auch ein Skillsystem. Könnt lustig gehen. Könnt wirklich cool und lustig gehen. Also bis jetzt nicht schlecht. Einige Tage sind seit Juris Einführung in die Kunst der Schattenwahrnehmung im verlassenen Gasthof vergangen. Hisoka ist seither verschwunden und nicht zurückgekehrt. Juri ist besorgt und weiß nicht, wie und wo sie mit der Suche nach Hisoka beginnen soll. Während sie im Antiquitätenladen wartet, tauchte ein Mädchen namens Fuhui Himono auf, das behauptete, Hisoka darum gebeten zu haben, eine vermisste Person zu finden. Okay. Juck, dann halt mein Naso. So, ich bin mal weg. Frühschicht, gute Nacht und viel Spaß noch. Ah, Schotti, du warst die ganze Zeit hier, ey. Gar nicht mitgekriegt, ey. Aber schön, dass du dabei warst und sehr geile Emotes. Richtig coole Ideen. Daumen hoch und gut erstarten die Woche morgen. Ähm... Entschuldigung? Hallo? Ähm... Ich suche Hisoka Kurosawa. Ist sie hier? Oh, ich bin sorry, aber sie ist weg. Aber ich kann den Auftrag auch erfüllen. Mein Name ist Fuyuhi Himono. Ich habe wartet, sie zu erzählen, ob... sie könnte mir jemanden finden. Ich habe noch keine Antworten von ihr. Sie schauen, jemanden? Sie könnte auf den Mountainen gehen. Mount Hikami. Mount Hikami. Sie hat mir gesagt, dass sie meine Freundin da gesehen haben. Es ist ein infamous Suicide Spot, ist es? Aber... Ich weiß nicht, warum Haruka gehen würde zu einem Ort wie so... und... ohne mich sogar sagen zu sagen. Okay... Keine Angst. Als Ahsoka zurückkommt, werde ich sie sagen. Nein. Das ist gut. Ich kann nicht mehr warten. Ich werde sie selbst suchen. Ich werde sie selbst suchen. Huh? Oh nein! Oh nein! Komm hoch dich, hol dir einen Kaffee. Wir machen das. Suicide Spot. Oder der neue Film Suicide Squad. Spot. Ah ja, Quatsch. Gibt es hier tatsächlich? Ich bin so ein Depp manchmal. Ein Fall einer verschwundenen Person. Isoka ging vor einigen Tagen weg und es ist seither nicht so... Entschuldigung. Da müssen wir über meine eigene Dummheit lachen. Und es ist halt ja nicht zurückgekommen. Vielleicht arbeitet sie an diesem Fall. Hisokas Zimmer ist oben. Vielleicht kann ich dort Hinweise darauf finden, wo sie sich aufhält.